So, das war mal ein ESP-Versuch. Da hinten am Hütchen wurde eingelenkt. Hier sieht man die Spur, die der Prius gefahren ist. Ausgangsgeschwindigkeit war 30. Diese Kurve war mit gefühlvollem Lenken ohne ESP-Einsatz. Wenn wir jetzt mal nach da gucken, da steht der Prius nach ESP-Einsatz und hier ist die dazugehörige Kurve. Wie man deutlich sehen kann, auf zugeschneitem Eis ist ESP völlig hilflos.